Als die kleine Schnecke auf den Feldweg einbiegt, wird sie von einem zirrenden Geräusch angelockt. Emma lauscht. In den Gräsern am Feldrand entdeckt sie ein Heuschreckenmännchen. Machst du diese Töne? fragt sie neugierig. Jipp, die Grille nickt freundlich. Gefallen sie dir? Schau, ich streiche mit den Hinterbeinen so über meine Flügel. Dadurch entsteht die Musik. Musik Plötzlich raschelt es im Gras. Ist das eine andere Heuschrecke? Musik 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 Emmas neuer Freund lächelt und springt der grüne Hüpfer mit einem großen Satz davon. Emma sieht ihm voller Bewunderung nach.